Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Lieber. Wir sind zurück in Disco Elysium. Wir haben ein Level geschafft. Yay! Wir haben einen neuen Auftrag. Yay! Wir brauchen zwei Unterschriften. Wir wissen noch nicht, ob wir diese Unterschriften noch wirklich holen wollen. Und wir haben einen neuen Gegenstand, und zwar einen weißen Umschlag. Ich nehme mal an. A white envelope with a stamp attached to the upper right corner. Handed to you by Everett Clare. Inside are some legal documents with two names printed on them. Isabel Sadie and Lillian Carter. Both signatures are required. Hm. Interagten wir damit. Try to find a loophole in the deal. Wir haben eine 92-prozentige Chance, das zu schaffen. Warte mal. Look at the zoning plan. Was wird das? Ein Palast? Ja, verstehe. Was ist das Problem? Pyrite ist immer kubisch. Das ist halt die Realisationsstruktur von Pyrite. Pyrite ist Katzengold, für diejenigen, die es nicht wissen. Okay, wir haben jetzt sogar noch eine größere Chance. Plus eins, centers very close to houses. Plus eins, ominous shape. Plus eins, cool Cubic Pyrite. Okay. Ah ja, wir suchen danach. Okay, warte mal. Sie kommen einfach nicht mehr auf die Straße, wenn das Ding dort steht. Wait, wait, what are the ramifications of this? This is terrible. Poor people. Can't I do something? Put the documents back in there. Das klingt ja gut. Get two signatures for Everard. Find someone to sign the document instead. The intended signese. Ja klar, das machen wir doch glatt. Wir könnten Kim fragen, ob er es tut. Ich könnte die eine Unterschrift sein und Kim die zweite Unterschrift. Falls Kim jemals wiederkommt. Ich mag Kim wieder bei mir haben. Ich fürchte mich ohne ihn. Außerdem ist es jetzt 21 Uhr. Wir müssen dann zu dem Typen. Ah, ich muss die 25 Minuten einstellen. Okay. Okay, wir können mit Everard noch mehr reden. Wie schon gesagt, ich würde ganz gerne mit Kim hierher kommen, um diese Sachen zu besprechen. Ich habe jetzt auch keinen Stress mehr, weil ich habe jetzt eine Wohnung, die kein Geld kostet. Also lasst uns zurückgehen. Schauen, ob Kim um neun da ist. Und wenn er nicht um neun da ist, schauen wir, ob wir den Typen finden, der den Hof von hinten beobachten kann. 2 Uhr 57. Schauen wir mal, ob durch Türen durchgehen die Zeit auch ändert. Das ist so elend, dass es noch immer regnet. Nö, durch Türen gehen ändert die Uhrzeit nicht. Und auch rumrennen endet, glaube ich, die Zeit nicht. Was wir natürlich machen können, ist einfach mit irgendjemandem noch reden. Du, Freund. Okay. Gut, dann ist es ein Mixer und hier. Ich nicht. Das ist alles ausgeräumt dann. Okay. Das hat keine Zeit gekostet, mit ihm zu reden. Ach, ärgerlich. Dann lass uns nochmal mit den Hardy Boys reden und ihnen sagen, dass wir mit Everard gesprochen haben. Einfach, weil ich glaube, dass das überhaupt keinen Unterschied macht. Nein, das sagen wir nicht. Me und Everard talked, we promised you'd cooperate. Wieso nicht? Very major, guys. Everard sent word, right? Why don't you push me some more and find out, Gimp? Wofür zusammengeschlagen werden und das Spiel beenden? Nein, wir beschimpfen sie nicht. Das bringt nichts. Wir schlagen uns nur zusammen, im schlimmsten Fall. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Okay. Das ist normal. Es würde take an army to ban Titus to its will. Having Everard back you up like that did seem to have some... Okay. Ah, 21 Uhr. Wir haben es geschafft. Schauen wir mal, ob der gute King da ist oder ob er erst um 22 Uhr kommt oder was weiß ich, wann der ankommt. Gut, auf jeden Fall werden wir jetzt den Typen hinterm... Den Raucher werden wir jetzt mal beglücken mit unserer Gegenwart. Ich glaube, dafür brauchen wir Kim nicht. Wir könnten natürlich auch versuchen, noch ein Buch zu kaufen. Ja, noch ein Buch ist, ne. 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 Die Kinder sind noch da. Und bei Korn. Ah, wir sehen. Ah, da schaut jemand zu, wenn ich mit dem Guten rede. Not everything that needs to be said needs to be heard. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ja. Ich habe mir ja vorhin immer gedacht ich kriege immer nur solche blauen und violetten Dinge und ganz selten nur rote und gelbe und im Nachhinein betrachtet ist es klar weil es gibt überall so diese Secret und da ich in den blauen und violetten Dingen einfach besser bin weil ich einen größeren Anfangswert genommen habe, schaffen die natürlich die Checks viel häufiger und deswegen höre ich sie häufiger das sieht gut aus gut Okay. That's what I'm aiming for, yes. Honestly, I'm just trying to not screw anything up. I'm not going to make things just right. I'm going to make them spectacular. Ignore this question. I was hoping to talk to a possible witness. Your balcony overlooks the murder scene. Okay. Ich glaube, wir sollten auf das Aang gehen, was er gesagt hat. Und ich glaube, in dem Fall ist es nicht gut, die coole Supercop-Sache zu sagen. A nearby streetlamp casts shadows on his chin, drawing out the slender cheekbones. Das klingt wiederum gefährlich. By the way, I'm really digging the view here. Point to the skyline. Is it Friday tonight? It feels like Friday. Why would I want to meet your friend? Wir verzügen mal kurz. Why would I want to... Okay, very well. I'll talk to him. But first, I want to talk to you. I have so many questions. Is it Friday tonight? It feels like Friday. Okay. 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 Well, I just found you again. Gute Frage. Offensichtlich wir. And if you promise that we'll talk again, it's important. Okay. Okay. Interview the Sunday friend. We finally met up with the mysterious smoker on the balcony. This friend is waiting for you inside an apartment 28. Go and meet him right now. He won't be there later. Mist. Mist, 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 mist. Das wäre besser mit Kim gewesen. Nein, ist okay. Dann müssen wir es ohne Kim machen. Wir werden mit Kim darüber reden. Ich hoffe, das reicht, wenn wir nachher mit Kim darüber reden. Warum war er auch noch nicht da? Was macht er die ganze Zeit? Wie lange muss er den Boden abdingsen? Okay, holen wir uns zuerst Geld, indem wir alles anschauen. A Quarterly Business Magazine. Okay, das ist interessant. An old photo of the same apartment, dated year 01. Expensive men's perfume lingers in the air. Okay. Buckets of paint on a layer of old newspaper. An exquisite canopy bed made of metal. Dishes soaked up in a pot. An empty ashtray. Flyers for other ground parties. Dates for open lectures at the local university. Okay. Was haben wir damit an Bede? Oh, Samaritan Chronicle Head. Nehmen wir doch glatt. Da gibt es noch was zum Ausrauben. Wir sind die perfekten Polizisten. Wir nehmen alles mit. Party Dragon Silk Road. Plus eins Drama. Plus eins Electrochemistry. Oh, da habe ich. Wo zieht man das an? Auf welchem Teil sieht man dieses Teil an? Bekommt a dragon. Bekommt an addict. In a strange buffing rope. The sleazy silky buffing rope in vibrant blues features a soaring dragon on its front. Ready to take off into the night. A red belt has been provided for fastening. It's culturally insensitive, but only for people who are not from Seoul. The real Seoulites probably don't care. Samaritan Chronicle Head. Plus one logic. Super logical for a cop to wear this. Minus one suggestion. Insensitive bachelor party vibes. This tawny cone-shaped hat looks like a beacon of Samaritan Wisdom. The straws sticking up like antennae. Thank God you can't really see people's reactions when they see you strolling around in this incredibly insensitive headpiece. Ja, okay, gut, das werden wir nicht. Ich würde sagen, das Ding ersetzt die Jacke. Der Mantel bringt, is pretty cool on shivers? Oh, that's pretty cool on visual calculus. Das ist ja noch besser in Möglichkeit. Drama und Electrochemistry ist natürlich auch sehr cool, aber Drama haben wir eh schon plus zwei. Und Electrochemistry plus zwei. Also so gesehen, man kann es auch übertreiben. Bleiben wir mal so und versuchen wir mal mit dem Typen zu reden. The man in business casual removes his cufflinks. Was sind cufflinks? Himmel, was macht der hier? Hmm. Point at the bed. But before we go on, I absolutely have to inquire about this wonderful canopy. Okay, das ist der Liebhaber von dem anderen. He forms a little rooftop with his fingers, cold air sweeps in from the balcony. He actually witnessed the lynching. What's an official like you doing in Martinez? Okay. Okay. Okay, das verstehe ich nicht ganz, but what are you doing here in this apartment? Okay, so you're some kind of bureaucrat. Okay, so you're some kind of bureaucrat. What is surprise stability? What is surprise stability? Enough business. Let's talk about something else now. Okay. 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 I've heard about this moral intern before, but I want to know more. Fragen wir nach Sylloclef. Brüssel quasi von der EU. Könnt ihr das dann? Hmm. Okay. That's nice of them. What makes Revachol Sylloclef's darling? Okay. Okay. Das heißt, wir waren so eine Art Kolonie-Fontänen. What is this international community? Are you a moralist? But why? Das klingt fast schon zu normal für dieses Spiel. But what is a normal, stable world? It doesn't seem very normal or stable to me. What about the rest of Revachol? Is it part of the normal world? Wir demokratisieren uns erst. It gives you an approving nod. I don't think I'm a moralist. Moralism sounds incredibly boring. I want more action. Das klingt gut. Moralism is the ideology of foreign occupiers. Das ist die Nazi-Version. Democracy is a meaningless sham, as long as the working class is under the blue teal of capital. Okay. Okay. It's like every time I'm talking to people, I'm choosing option D. None of the above is that moralism. None of the above is that moralism. Okay. Wir sind ein Superstar-Cop. Wir wollen mehr Action. Das untere ist natürlich eine sehr witzige Antwort an und für sich. Ja. No, peace sounds pretty good. No, prosperity sounds like a lot of fun. Yeah, that shit sounds like a snooze fest. Ja, ich meine, er hat nicht ganz Unrecht. Also von einem Spieler-Perspektive, stimmt das ja, aber von einem Cousteau-Irgendwas-Perspektive, Harry-Debois-Perspektive, trifft das definitiv nicht so. Okay, es geht um, ja. Also er ist quasi von der internationalen Notenbank, könnte man sagen. In a business. You actually witnessed the lynching. Can you tell me about your friend? Wollen wir das wissen? Ja, wir sprechen über alles, bevor wir... Was geht um, ja. Was geht um? Was geht um? Was geht um? What do you mean? What's the EPIS thing you keep talking about? Thank you, Logic. So I've done you as strong as I've done. It's the EU. What's the thing of steel? That's the EU. Okay, but like, what does it stand for? Okay, this also depends on the EU in certain ways. Now, what do the letters stand for? You don't even hear the words I'm saying, do you? Hmm. That's what I'm saying. I'm saying the EU. And the next step would be the United States of Europe. Is it going to be like this place here? Is it going to be part of EPIS? Didn't you say that candidate members never become real members? How did you two even become friends? What are you talking about? No one becomes friends that way. You still haven't told me who he is. Your friend, the smoker on the balcony. We were just talking about him. Oh, I don't like the EU in this game. Fine, but what is his real name? What is his real name? So, all you can tell me about him is that he's here to study the arts. Which arts? Okay, everyone will tell us what are you doing in his apartment by yourself. What view? It's dark outside. Is it rude for your friend to leave you alone like this? I had something else in mind. Okay, fragen we him nach dem lynching. Okay, is it because you did it, Mr. Willow? Start from the beginning, if you don't mind. Meaning it was entertaining. Meaning it was terrifying. Hmm. Okay. Okay. Das würde sich mit unseren Dingen entdecken. Um, were any of them huge? Like 200kg huge? Did any of them look like drummers? What happened next? Huh? Wait, so you didn't actually see the lynching happen? Were they men, women? Are you sure at least one of them wasn't a woman? What happened next? What do you mean nothing happened? They lynched the guy? Okay. Why didn't you call the RCM? Can you at least tell me when it happened? You didn't check your watch? Okay, so let me get this straight. You didn't actually witness the hanging itself, did you? Well, that was a waste of time. Yeah, was it really? These are all my questions. Thanks for your time. We could have a level up and we have a new skill. Plus. Gold. Thanks. I've got all I need. Ah, yeah. Hold on. Why can't we talk? Why can't we talk? Look around in this apartment. Thanks for the heads up, but my work here is done. we can see full. We can see from the apartment. We'll see you again. But I don't believe me yet, there's nothing to find here. I've already seen everything here. We'll see you again. But, like I said, there's nothing to find out, there's no one there. Ja, du hast mir genau gar nichts geholfen. Das hat mir nichts gesagt. Ich habe nichts erfahren, was ich nicht schon wusste von dir. Außer, dass du eine Beziehung zu einem dieser Typen hast, die hier wohnen. Das ist alles nicht sehr befriedigend gewesen. Gott sei Dank habe ich Kim nicht mitgehabt. Der hätte sich nur geärgert über diese Informationen, die wir hier gekriegt haben. Okay. Gut, meine lieben Freunde, ich höre auf für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.